schon sagt, die früher eigentlich Allrounder waren. Pferde ein bisschen für jeden Gebrauch, sowohl für das mit wem reisen, wie auch für leichte Feldarbeit, um Holz aus dem Wald zu holen, um am Sonntag vor der Karre in der Kirche zu fahren. Pferde zu jedem Zweck, zu jedem nützbaren Zweck, nicht zu etwa um Dressur zu reiten oder Hürden zu sprengen, sondern wirklich um mal zehnmal am Samstagabend bis zum Nachbarrensch zu reiten und sturzbesoffen in der Nacht auch wieder nach Hause zu kommen.